Radio GSC 1 Live Der Gastalk Ja, und damit begrüße ich alle Zuhörer drinnen, draußen, überall. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben kurz nach acht. Es ist Donnerstag, der 12. Januar. Und ja, wir haben heute Abend einen Gastalk. Der Stefan Kugel ist bei uns und der sage ich erst mal Hallo. Hallo Stefan. Hallo, servus. Ja, Stefan, ihr habt ihr vor einigen Tagen oder anderthalb Wochen oder was angesprochen, wegen einer Sendung, ob du wieder mal Lust hast. Sagst du, ja, hättest du, ja. Und als du mir dann die Thematik reingegeben hast, ja, da habe ich festgestellt, den Stefan kenne ich gar nicht. Der ist neu für mich. Und sowas macht mich natürlich immer besonders neugierig. Ja, ähm, ich heiße ja Stefan Kugel, aber ich habe auch noch einen anderen Namen. Und der heißt Hafiz. Und der ist ein Sufi-Name. Okay. Nun, ein Name ist ein Name, aber bist du dann jetzt wirklich auch dementsprechend Muslim oder nicht? Ja, also, ähm, ich bin damals zum Islam übergetreten, als ich in einem Sufi-Orden war und kann sagen, dass ich seitdem immer noch diese Kultur lebe und pflege. Jetzt nicht so in dem Sinne, wie man sich das vorstellt, dass ich jetzt fünfmal am Tag Gebete mache. Aber der Geist ist noch da und er hat sich also auch jetzt wieder sehr belebt durch eine liebe Freundin, mit der ich jetzt haben bin, die also auch eine Sufi-Frau ist. Und ja, es ist eine interessante Geschichte und die wollte ich eigentlich heute mal erzählen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Denn, ähm, vielleicht sagst du auch erst nochmal ein paar Worte von dir, ähm, von dem Stefan Kugel, den eigentlich die meisten von uns schon kennen. Ähm, damit die Menschen, die absolut neu sind, damit die auch die Chance haben, das zu erkennen oder das, ähm, ja, zu verstehen, wenn wir auch mal irgendwas untereinander uns zuschieben. Gerne. Also, äh, ich bin der Stefan Kugel, 1960 geboren in Gelbenkirchen. Ähm, bin vom Beruf Biotischler und Energetiker. Und hab in den letzten 30 Jahren in Österreich gelebt, bin aber jetzt Ende 2016 wieder in meine Heimat zurückgekehrt. Ähm, Beruf Energetiker heißt, äh, das ist in Österreich also ein, ähm, schon sehr etablierter Beruf. Äh, ich war einer der ersten Energetiker 1990 und hab auch, ähm, den Beruf des Energetikers mit aufgebaut. Man kann so sagen, in Österreich gibt es die rechte und die linke Hand der Heilkunst. Die rechte Hand, äh, ist, äh, sozusagen die Medizin. Und die linke Hand ist, äh, sind die Energetiker. Und es gibt auch eben das Gesetz, dass in Österreich der Arzt nur das tun darf, was wissenschaftlich ist. Und wir Energetiker nur das tun dürfen, was nicht wissenschaftlich ist. Ähm, ich habe, ähm, in den letzten 25, 26 Jahren über 50 Erfindungen, Gefindungen und neue Erkenntnisse im energetischen Bereich gemacht. Ich habe beim Buch, äh, begonnen, meine, äh, also ich habe mein Buch geschrieben schon und habe angefangen, meine Arbeit in drei Büchern zusammenzufassen. Das erste Buch heißt, Menschliche Veränderung, was uns die neuen Kinder lehren, oder wie uns die neuen Kinder lehren, mit zwei E. Und berate, äh, sehr viele Eltern, äh, die also ähm, Kinder haben, die also anders sind. Ähm, ähm, und ähm, helfe vor allem, wenn es da so Probleme, jetzt veränderungs, äh, äh, also unerwartete Veränderungsprozesse gibt. Ähm, ähm, hab mich sehr viel mit ähm, ähm, Wassertechnik, mit ähm, Heilraumgestaltung. Das ist also, wie man den Raum zu einem Kraftplatz macht. Ähm, ähm, unterstütze viele Leute auch jetzt in diesen Zeiten, wo also ähm, äh, wirklich eine neue Zeit beginnt und äh, viele Menschen aufwachen. Und diesen Aufwachprozess äh, äh, zu unterstützen, das ist so meine, meine Hauptarbeit. Ähm, ähm, ja, der, der Sufismus oder ähm, mein Leben als Sufi-Servisch ist also auch Teil eigentlich dieser Entwicklung und hat mich sehr geprägt. Aber interessanterweise fing das alles schon in meiner Kindheit in Gelsenkirchen an, wo ich also schon sehr früh mit, ähm, ähm, ja, der, wie sagt man, der besonderen Qualitäten von ähm, äh, Ideen, Gedanken und äh, Philosophien, die aus dem Islam kam, ähm, ähm, konfrontiert wurde. Und, äh, ja, das, äh, möchte ich eigentlich heute mal erzählen. Wobei es mir dabei ganz wichtig ist, dass, ähm, ähm, uns bewusst werden sollten, dass das, was unsere Wirklichkeit ist, durch unser Bewusstsein entsteht. Das heißt, wenn ich jetzt glaube, dass, äh, dass etwas, was da draußen passiert, ähm, schlecht oder böse oder schlimm ist, dann ist es so für mich. Und wenn ich also, äh, äh, für mich, äh, sehe als ein, ähm, ähm, ja, für meine Entwicklung guter Weg, dann passiert es auch für mich so. Also, äh, gerade jetzt in dieser Zeit, wo so viel über Flüchtlinge und, äh, äh, Menschen, die aus dem Islam jetzt nach Europa kommen, und wie schrecklich das ist und ob die alles tun und alles machen, habe ich mir gedacht, es ist mal wichtig, über die mystische Seite des Islam zu sprechen. Und die aus meiner Erfahrung heraus zu beschreiben. Okay. Aber wir müssen, ähm, keine Angst haben, dass wir, oder sind wir nach der Sendung alle, ähm, muslimische Anhänger? Nein, 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 nein. Ich will, äh, keine Werbung für irgendwas machen. Ich möchte rein subjektiv meine Erfahrung damit berichten, ähm, wie ich damit zusammen, äh, also konfrontiert wurde, wie es in meinem Leben kam und was ich daraus geschöpft habe und, äh, wie ich es noch immer heute in meinem Leben, äh, praktizieren lebe. Ja, okay, klar. Interessant ist das auf jeden Fall, weil, ähm, und dadurch ergeben sich auch ganz andere Fragen, oder das sind, äh, ja, Fragen, die wir bisher aus, ähm, ich sage jetzt ganz bewusst unseren Kreisen, also aus den systemkritischen Kreisen so auch noch nicht kennen, denke ich. Und da sind sehr viele interessante Dinge, ähm, die es auf jeden Fall zu hinterleuchten gilt, glaube ich, ne? Das ist zumindest mal meine, meine, ähm, Meinung dazu. Ja, das ist eben auch meine Intention. Es ist jetzt so viel, äh, in den Medien, in den, ähm, YouTube-Sendungen, es wird so viel über den Islam gesprochen und über, äh, die Menschen, die dort leben und die dort, ähm, also bestimmtes Verhalten aufzeigen. Äh, es ist jetzt natürlich schwierig, da jetzt, ähm, irgendwie allgemein heranzugehen. Deshalb möchte ich heute ganz bewusst mal meine subjektive persönliche Erfahrung damit bringen. Super. Ja, wie, wie bist du denn damit konfrontiert worden? Ja, das hat eigentlich schon in meiner Kindheit angefangen. Äh, mein Vater war Bergingenieur auf der Zirche Nordstern in Gelsenkirchenhorst. Ähm, er hat da eine bestimmte Arbeit, äh, gemacht. Er war also Bogensicherheitstechniker und hat dafür gesorgt, dass also diese, ähm, äh, die Gefahr, dass also eine Schlagwetterexplosion passiert, wenn also ein bestimmtes Gas beim Abbau der Kohle entsteht. Äh, und, ähm, war so, ähm, eine Art Sicherheitstechniker auf der Zirche. Und, ähm, ich war, äh, wie gesagt, 60 geboren und hab noch ein Kurzschuljahr mitgemacht. Das heißt, ich bin am 5. Dezember, äh, 66 eingeschult worden. Das war so eine Zeit, da gab's so irgendwelche neuen Reformen. Und, ähm, in meiner Klasse war sozusagen der erste Türke, der, ähm, also Sohn eines, ähm, Zuwanderers war, der aber eben nicht, äh, zugewandert wurde, sondern der eingeladen wurde. Weil damals, ähm, hat man, ähm, gerade im Kronenbergbau zu wenig Arbeiter gehabt. Und da hat man also ganz bewusst, äh, Leute aus, ähm, Anatolien geholt, äh, ins Ruhrgebiet, äh, um halt gute Arbeiter zu haben. Und, äh, Jusuf hieß der damals, war also ein Klassenkamerad von mir, der saß damals neben mir. Und, äh, ich kann mich noch gut erinnern, ähm, es war, die Schule ist schon angefangen und, glaub ich, erst im Januar oder Februar, äh, kloppt es dann an der Tür. Und, ähm, der Schuldirektor kam rein mit meinem Vater und mit dem Vater von Jusuf und dem Jusuf und, äh, die haben also gesagt, so, wir haben jetzt heute einen neuen Mitschüler und, äh, mein Vater sagte, der setzt sich jetzt neben Dich und du willst jetzt dafür sorgen, dass der also, äh, gut Deutsch lernen kann, ja. Und das war für mich, also, ich war damals sechs Jahre alt, ich hab das ganz, ähm, naiv kindlich genommen. Und, ja, nach einem halben Jahr hatte Jusuf also fließend Deutsch gesprochen und wir waren also beste Freunde. Er ist ja dann im zweiten, der zweiten Klasse aber dann wieder weggegangen, weil sein Vater also nach, äh, äh, in eine andere Stadt versetzt worden ist. Aber so bin ich eigentlich, äh, mit einem Türken aufgewachsen und, äh, das war für mich also jetzt nichts, nichts Besonderes. Äh, wir hatten auch in der Zeit damals auch sehr viele, äh, menschhausefahrende Volk im Horst, die also dort einen Zirkus hatten. Und, äh, interessanterweise, ähm, war dieser Zirkus, äh, war der Besitzer dieses Zirkus, äh, äh, ja, die Eltern des Vaters meiner zukünftigen Kinder. Also ich bin in einer Multikultikultur aufgewachsen, ja, und, äh, da gab's ja so keinsterweise Ressentiments oder irgendwas diesen Menschen gegenüber. Und, äh, aber ein faszinierendes Erlebnis war dann schon, äh, wie ich so sieben oder acht war. Ja, erzählte mein Vater, dass er, der ja regelmäßig, äh, jeden Freitagabend in die Sauna ging. Also die Zeche hatte ein eigenes, eigenes Sozialsystem. Da gab's also eigenen Kindergarten und eigene Sozialstätten, also Sportanlagen und Horte und so weiter. Und eben auch eine Sauna. Und mein Vater ist also jeden Freitagabend in die Sauna gegangen und sein Sauna-Kollege war der, äh, betriebseigene Arzt der Zeche. Und der erzählte eben eines Tages, also, äh, von seinen Erfahrungen. Und aus den Erfahrungen heraus, äh, kam also Vater nach Hause. Und, ähm, zeigte, ähm, ging mit mir dann, äh, ins Bad. Und zeigte mir, äh, wie man wasche, äh, mit Wasser sich wäscht. Also auf eine ganz komische Art und Weise. Und meinte also, das ist wichtig. Das sollte ich jetzt machen. Und das wollte ich also auch von nach dem Stuhlgang. Und mir gezeigt, wie ich mir sozusagen eine Hintern wasche und so weiter. Und er hat gemeint, äh, der Arzt hat ihm gesagt, also gerade die Osmanen, äh, sind in dem Bereich viel gesünder als die Deutschen. Und das sollte ich jetzt also auch machen. Und das war für mich, äh, damals, äh, bis heute, im Grunde genommen ein, äh, etwas, was mich sehr geprägt hat. Ich hab dann, äh, äh, 30 Jahre, oder, äh, fast 30 Jahre später, die Waschung aus dem Islam, in das Rüdü, in das 5-Dibeta-Buch damals gebracht. Da wurde ich also gebeten, dass ich die 5-Dibeta in Österreich bekannt mache. Das war so ein Buch mit einer speziellen Übung. Und da hab ich den Verlag angerufen und gesagt, dass diese Übung sehr viel spirituelle Beschleunigung erzeugt. Und dass man also etwas braucht, um sich zu entstören. Aber damals war ich dann auch schon in Sophie und hab eben diese Waschung reingebracht. Da werde ich aber später noch übersprechen, ja. Das heißt also, mein Leben war geprägt, äh, von einer, ähm, offenen, äh, Kultur, die also verschiedenste Einflüsse hatte und die für mich aber ganz praktisch waren. Kann ich nachvollziehen, weil, ähm, wenn es dich so geprägt hat, ähm, gut, ich bin ja ein paar Jährchen jünger wie du, nicht viel, aber doch ein paar. Und, ähm, ich hab dieses Erlebnis auch mit einem türkischen Jungen und der dann zu uns in die Klasse kam mitten im Jahr. Das war Mehmet. Und, ähm, ja, das war eben die Zeit der Gastarbeiter, ne, und die ist, ähm, okay. Ähm, da, ähm, da wurden wir schon mit dieser Kultur konfrontiert, aber seine Eltern, die waren dann auch ein bisschen zurückhaltender, ähm, und haben ihre Kultur für sich behalten. Und, ähm, haben die nicht so nach außen gelebt. Das war vielleicht bei euch ein bisschen auch anders. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich damals jetzt, äh, diese Kultur miterlebt habe. Also, die, äh, äh, Türken haben also bei uns in Horst, äh, die haben von der Zeche einen bestimmten Bereich bekommen, wo sie wohnen konnten. Und da war ich jetzt nicht, äh, in Verbindung, ja. Aber es war, äh, es war jetzt nicht so, dass da, ähm, irgendwie, ähm, ja, ja, äh, man sich anders oder besser oder was auch immer gefühlt hat. Ja, Gastarbeiter waren halt Arbeiter. Genauso wie die anderen auch. Und, ähm, mir war nur als Erinnerung so, dass, äh, die also immer sehr gepflegt waren. Das war, äh, äh, am Anfang so, da war also, äh, wenn man die, äh, äh, Leute gesehen hat, die sind immer bei uns an der Straße, äh, vorm Haus vorbeigegangen. Am Anfang war es dann so, da waren also die Frauen am, äh, sind vorausgegangen und haben also die, äh, die Einkaufstaschen getragen und die Herren sind nachgegangen, ja. Und, äh, die Mädels waren also unverkleidet und die Frauen hatten also ein bisschen mehr so ein Kopftuch und so weiter. Und zwei, drei Jahre später war es dann so, dass dann, ähm, ähm, äh, die Frauen keinen Kopftuch mehr hatten und alle irgendwie gleich waren. Und am Ende war es dann, zwei Jahre später, bevor ich dann weggegangen bin, war es dann so, dass die Männer die Taschen getragen haben. Also, die, man hat so gemerkt, die haben die einfach, äh, an, an unsere Kultur angepasst. Und mehr hatte ich aber jetzt keinen Zugang. Den wirklichen Zugang hatte ich dann erst, als ich dann nach Österreich gegangen bin. Und, ähm, ich, äh, kam also, Achtung, 80 nach Österreich. Und meine erste Frau, ähm, ähm, also, äh, ich, 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 kam damals in eine Familie, wo, ähm, eine, eine, ähm, die, 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 die,. um, die, 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 die Filter hatte, und die, um und die, nur. Und die, nur, und, die schon, wahrscheinlich hörbehindert. Und, ähm, die Helga, hat also, ähm, mit einem wie viel zu tun gehabt, der, also ein altorientalischer Musiktherapeut war, und der also eine Heilmusik entwickelt hatte. und sehr bekannt war auch in der Türkei und der hat also in Bienen ein eigenes Institut gegründet und dort ist die Helga hingegangen, weil sie gehofft hat, dass die nur, die halt hochgradig hörbelindert war, dort Unterstützung bekam. Also da war mein Einstieg erst wirklich in den Islam, in diese islamische Mystik und das wollte ich eigentlich jetzt mal genauer erzählen. Ich werde ganz gespannt zuhören und die anderen bestimmt auch. Ja, es ist so, das ist vielleicht jetzt in unserer Zeit, wo so viele verschiedenste Kulturen jetzt hier in Deutschland sind oder auch, das war auch schon voll integriert, war es so, wie ich hier so nach Österreich kam, war gerade Wien eigentlich ein Ort, wo fast jede spirituelle Gruppe der Welt vorhanden war. Also für mich war neben Amsterdam und Berlin, also Wien, der Ort der Familie der Mystiker. Und als ich das erste Mal beim Urutsch war, Urutsch ist also, Urutsch Gübenz, ist also Professor für altorientalische Musiktherapie, war also ein, ich habe ihn jetzt ja nicht mehr gesehen, deshalb sage ich jetzt, war damals ein, ich war damals so Anfang 20, oder ne, eigentlich Ende 20, Anfang 30, und er war ja Ende 40 ein kleinwüchsiger, er hatte also einen Buckel, kleinwüchsiger Mensch, der aber eine faszinierende Musik gespielt hat, ja, und er nannte das Thymata und das war also eine Tradition, die von Mevlana Celadini Rumi ausging, das war so im 16. Jahrhundert ein Gruffi-Meister oder ein Mensch, der also in Konya gelebt hat, und er war Sohn eines Steinmetz, oder jedenfalls sein Vater hat den ganzen Tag also auf irgendwas draufgekloppt, wie weiß ich nicht, ob es Stein oder Metall war, und da gab es dann eben diese Geschichte, dass er, der Vater in einem bestimmten Rhythmus, also seine Werkzeuge, behandelt hat, und Rumi also im Hof stand und plötzlich zu diesem Takt, zu diesem Klopfen angefangen hat, sich zu drehen, und aus dieser Bewegung heraus sind dann die drehenden Dervische entstanden, also das ist so die Legende, und Rumi hat dann eigentlich in einer Gegend, also Konya war da, wo Troja war, also da kamen also Einflüsse aus dem Norden, aus Russland, aus dem Westen, aus christlicher Kultur und aus dem Osten, aus orientalischer Kultur, und hat eben diese verschiedensten Einflüsse zu einer eigenen Heilmusik entwickelt. Und er hat dann in Edirne, das war jetzt auf der europäischen Seite der Türkei, ein Musikzentrum geschaffen, wo er in einem Art Krankenhaus, in der Mitte des Hauses, einen Platz hatte, wo also die Musiker standen und saßen, und von diesem Platz aus in die verschiedenen Räume Röhren gebaut wurden, sodass also dann Menschen, die also seelische, körperlich, und was auch immer Krankheiten hatten, von dieser Musik erfüllt waren. Und das Interessante ist, ich bin ja auch Musikwissenschaftler, ich habe also auch in Münster damals Musikwissenschaft studiert, dass wir haben ja ein Zwölftonsystem, also ein wohltemperiertes System, das kennen wir, auf dem Klavier sind da so die weißen und schwarzen Töne zwölf Stück, aber in dieser orientalischen Kultur gab es 24 Töne. Und sie hatten also auch sieben Tonschritte für eine Tonart, und hatten aber dann eben bis zu 400 verschiedene Tonarten, und jede Tonart hatte einen eigenen Charakter, oder einen eigenen Wesenskörper. Und wenn also diese Musiker miteinander in einer tonalen Art diese Musik gespielt haben, dann hat diese Musik eine Heilwirkung gehabt. Und jede Tonart hat einen bestimmten Bereich von bestimmten Krankheiten Körpersituationen oder Körpersituationen behandeln können. Und Udch hat also verschiedenste Instrumente gespielt. Er hat also Näh gespielt. Ud, das ist so eine Art Laute, eine betonere Laute. Hülbab, das ist eine Art Geige. Dann wurde also auch mit Wasserschalen tropfendes Wasser sozusagen als Hintergrund, wie bei einer Tamboura in Igen als Grundlage geschaffen. Und in diese Gemeinschaft bin ich also damals hineingekommen. Damals gab es in Wien halt den Gerhard Utschek, der heute Musikwissenschaftler an der Uni in Krems ist. Und ich, wir haben, wir waren so eine der Ersten, die dann beim Utsch diese Ausbildung gemacht haben. Und für mich war es also faszinierend, dass Musik sozusagen eine Heilwirkung hat. Und das war also auch wirklich spürbar. Also es gab wirklich Tonarten, wo Utsch uns aufgefordert hat, uns einfach niederzulegen. Und er hat gespielt. Und da hast du dann nachher das Gefühl gehabt, dass dein Körper massiert wird durch Musik. Und innerhalb dieser Tradition gab es aber auch jetzt nicht nur Musik, sondern es gab auch bestimmte Atemtechniken, bestimmte Tanztechniken, bestimmte Körperbewegungen, die also mit der Musik in einem bestimmten Verhältnis standen. Und ja, wir haben, ich habe da also verschiedenste Sachen erlebt, wie weit über das hinausgehen, was man bei Yoga oder bei uns hier mit den Entspannungsübungen kennt. Und in dieser Tradition habe ich mich also dann auch hineinbegeben, habe auch Fastenkuren mitgemacht und habe also verschiedenste Erlebnisse gehabt. Und da gab es also dann auch ganz spezielle Dinge, von denen ich auch gleich noch erzählen möchte. Und das war für mich eine ganz eigene Welt. Ja, die haben also eine eigene Ernährung gehabt, die sehr faszinierend war, die war ja auch mit dem traditionellen Islam auch zu tun hatte im Sinne des Ramadans. Aber im Grunde war diese Sufi-Tradition jetzt eigentlich nicht so sehr muslimischer Natur, sondern hatte ihren eigenen Charakter oder ihre eigene Bäume und ihre eigenen Formen. Und man kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt allgemein muslimisch war, sondern dass das etwas sehr spezielles war, was also, man kann auch sagen, was unabhängig vom Islam war. Aber es hat also viele Elemente des Islam in eine therapeutische Form umgesetzt. Okay. Mach mal einen Punkt. Ja, den Punkt, den hatte ich irgendwo gehört. Ja, du, das ist schon verdammt interessant. Das heißt, eigentlich sind das Kreise, in der, ja, ich sag mal, vorreligiöse Bausteine mit den dazugekommenen religiösen Bausteinen vermischt wurden. Ja, denn ich denke mal, diese Künste und Heileinflüsse, die sind doch, glaube ich, schon älter, ne? Die Grundlagen der Dervische, sind die wirklich islamistisch oder sind die eigentlich etwas anderes? Und der Islam hat sich, äh, hat das, äh, ja, wie soll man sagen, hat sich in diese Kreise eingeschlichen? Ich übertreibe jetzt mal. Na, es ist andersrum. Also, ich habe mich auch jetzt geschichtlich damit befasst. Ähm, man kann sagen, dass es immer schon so etwas wie, äh, Gruppen gab oder Vereinigungen oder Gemeinschaften, die letztendlich Wahrheit, äh, Sinn des Lebens, ähm, Bedeutung von, ähm, ähm, ja, Ja, äh, wofür sind wir da? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Also, diese Bestrebungen gab es also auf der ganzen Welt, die aber nie immer, die meist abseits des Mainstreams waren. Man kann sagen, hier in Europa waren die Ursprünge dieser inneren Suche oder der Menschen, die eine innere Suche gegangen sind, ja, äh, fing schon, also vier, fünf tausend Jahre vor Christus an, ja. Und eine der wichtigsten Gruppen, die schon, äh, zur Zeit Modus war oder auch Zarathustra waren die Isena, ja. Die Isena waren eine Gemeinschaft, die also, äh, man kann sagen, die Bibliothekare waren. Die haben also Texte aus allen Kulturen gesammelt, ja. Man hat ja in Kumram in den, äh, 40er Jahren hat also, ähm, hat ein Soldat irgendwie in der Wüste bei Kumram, äh, irgendwie geschlafen und als er aufwacht, ist ein Loch vor ihm. Und als er da reinschaut, hat man dort also unendlich viele Texte gefunden, die, die Schriftrollen von Kumram. Und die Isena waren also eine Gemeinschaft, die also, äh, auch, äh, jetzt nicht auf eine Kultur bezogen waren, sondern die haben also verschiedene andere, äh, Texte auch aus dem Orient, aus, aus China, aus, äh, aus der ruidischen Kultur und so weiter gesammelt. Und, ähm, ähm, äh, soweit man weiß, und das hat ja auch, äh, 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 Bodo Czekeli dann auch gezeigt, war Jesus also ein, ähm, ähm, Isena, äh, oder in einer Isena-Gemeinschaft aufgewachsen, also von Josef weiß man ganz genau, dass er ein Isena-Weister war. Und, ähm, ähm, die waren aber auch mit ägyptischen, ägyptischen, äh, Mystikern verbunden. Es war immer schon so, dass Menschen, äh, äh, hinter dem öffentlichen, hinter der öffentlichen Welt, in einer, in einer verborgenen Welt, äh, äh, das, das Göttliche, das Vollkommene, den Sinn des Lebens gesucht haben. Und aus den, aus der Tradition der Äzzener, äh, äh, die dann halt, ähm, ähm, dann nachchristlich, also dann auch zu den Gnostikern oder zu anderen Gruppen wurden, dann leider, als die Kirche dann immer stärker wurde, in den Untergrund gehen mussten, als dann also auch, ähm, ähm, die, äh, die, äh, die Bibliotheken von Alexandria verbrannt worden sind, äh, haben dann eben äh, äh, in, äh, in, äh, Alexandria gab es ja fast 600.000 Bücher, die gab es sowohl in Griechisch, als auch in, äh, Latein, als auch in Arabisch, ähm, ähm, haben dann, äh, äh, eben arabische Gruppen diese Bücher, äh, äh, bevor die, äh, die, die, die Bibliothek verbrannt worden ist, herausgenommen und haben sie in ihren Gruppen sozusagen, äh, ähm, äh, beschützt, ja, und man kann sagen, dass als die Renaissance kam, dass wir heute ein, äh, ähm, Plato oder ein Aristophanes oder solche alten Texte haben, liegt daran, dass diese arabischen Gruppen, und das waren eben dann auch die, äh, die Sofis, äh, äh, diese alten Texte, äh, äh, beschützt haben, teilweise auswendig gelernt haben, teilweise eben, äh, die Manuskripte geschützt haben, und bis heute eben, äh, ähm, äh, 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 diese, äh, dieses alte Wissen, äh, tradiert haben, und, äh, äh, alle kennen vielleicht den, äh, ähm, der Alchemist, oder, äh, wie heißt das Buch, ähm, über den Avicenna, das war, ist auch verfilmt worden, ich glaube, der Alchemist, ja, äh, äh, da geht's ja auch darum, der, äh, ist also ein berühmter Sofilmeister der Avicenna, der, glaube ich, schon im 12. Jahrhundert, also schon chirurgische, äh, Praktiken gemacht hat, oder auch mit Aromatherapie gearbeitet hat, äh, apropos Aromatherapie ist eben auch eine Tradition, die aus dem, äh, äh, Sufismus kam, und, äh, äh, die Sufis waren also sozusagen Geheimgesellschaften, die also gegenüber dem, äh, äh, offiziellen Religion, äh, versucht haben, äh, äh, geheimes Wissen an ihre Schüler weiterzugeben, aber in der Weise, äh, dass es darum ging, äh, dieses Wissen vor der Zerstörung der äußerlichen Macht, äh, der Herrscher, die natürlich auch, äh, äh, in gewisser Weise, äh, 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 dieses Wissen haben wollten, äh, äh, das zu beschützen. Und das, es gibt also sozusagen eine, eine Tradition, Essener, Gnostiker, Sufis, äh, und man kann auch sagen, dass die Geheimgesellschaften, die wir heute haben, sehr viel aus dieser Tradition herrühren, dass, die haben sich ja auch alle immer, äh, äh, als Orient genannt, ja. Also diese, äh, äh, es ist nicht so, dass der Islam diese, diese Sachen, äh, übernommen hat, sondern hinter dem Islam oder hinter dem Christentum auch die ganzen, äh, 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 christlichen, äh, Mönchs, äh, Gemeinschaften sind im Grunde auch Mystiker gewesen, äh, man kann ganz klar nachweisen, dass also Thomas von Aquin ein Szener war, ja, äh, äh, oder ein, auch ein Sufi war, ja, der also von den, äh, 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 kleinen Brüdern gesprochen hat, weil er in einem, äh, im Orient, in einem Altarik hat, weil er die großen Brüder genannt wurde. Also, äh, 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 es ist nicht so, dass der Islam das übernommen hat, sondern hinter dem Islam haben also solche Gruppen, äh, 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 bis immer schon existiert, die versucht haben, den Menschen in eine gewisse, äh, äh, Tradition auch zu verhelfen, wirklich auf der Suche zu sich selbst, zu, äh, äh, dem Höheren in sich zu verhelfen. Okay. Also, das ist also nichts rein Islamistisches, sondern das ist eigentlich schon, äh, äh, auch religionsübergreifend. Richtig. Es ist, äh, es war halt dort in der Region so, dass dort, äh, seit dem 6. Jahrhundert der Islam halt durch Mohammed vorhanden war, ähm, äh, und, äh, aber man kann nicht jetzt nicht sagen, dass die Sufis Teil des Islam offiziell waren. Es ist auch so, dass sie, äh, heute im Irak zum Beispiel oder im Iran vor allem auch bekämpft werden von der Regierung, ja. Äh, äh, und dass, äh, ihr, ihre, ähm, ihre, äh, ihre Kraft und ihre Stärke dahin, äh, also auch dadurch geschützt war, dass sie eben geheim waren, ja, und dass sie also auch, äh, dafür gesorgt haben, dass ihr Wissen also auch innerhalb ihrer Gruppe beschützt bleibt. Okay. Äh. Also, also der Unterschied macht dann diese Gemeinschaften darin aus, wobei das, das, was sie da so speziell und eigen macht, ist also, hat keinen religiösen Hintergrund, sondern, ähm, durch das Zutun der Religion wurde das vielleicht ein bisschen in die ein oder andere Richtung gewürzt. Kann man das so sagen? Ja, es ist so, dass, äh, ähm, der offizielle Muslim weiß nichts, was ein Sufi ist. Also wenn du hier, äh, äh, Türken fragst, also nicht, äh, nicht jeder Türke oder jeder Muslim weiß, was ein Sufi ist, ja. Aber jeder Sufi ist im Grunde mit dem Islam verbunden. Ähm, weil es auch eben, äh, in der Tradition Mohammeds auch eben, ähm, ja, Gedankengut gab, dass er selber auch gelebt hat. Zum Beispiel hat Mohammed damals, ich glaub, zehnmal haben sie ihn etwas umbringen wollen, weil er gesagt hat, dieser Mensch ist gleich, ja. In einer Zeit, wo natürlich noch Sklavenhandel da war. Und, ähm, ähm, äh, also dieser Urgedanke des Islam ist, äh, ja, äh, war, hat eine Exo, sagen wir mal so, hat eine exoterische und eine esoterische Bedeutung gehabt. Sagen wir mal so, vielleicht können wir das so auch sagen. Und, äh, es war aber eben in den verschiedenen Sufi-Gruppen auch immer das Bestreben, äh, eine gewisse Art von Spiritualität zu leben. Und Spiritualität heißt jetzt, dass also das Leben einen Sinn hat, ja, dass es etwas Höheres gibt. Das ist, äh, das, äh, das Leben daran besteht, auf etwas Höheres hinzuwachsen. Die Inder nennen das jetzt Erleuchtung oder Vollkommenheit, ja. Aber letztendlich ist, äh, ist jeder Mystiker, äh, ob er jetzt eben ein christlicher, ein muslimischer oder ein indischer Mystiker ist, äh, mit allen anderen Mystikern auf dem gleichen Weg, ja. Und der Sufismus ist eine Art dieses mystischen Weges, ja. Aber es, man kann auch nicht jetzt sagen, der Sufismus, es gibt, glaube ich, äh, 180 verschiedene mystische Schulen, weil eben auch, äh, die nicht nur jetzt eben, äh, durch bestimmte Atemübungen, also Dikre oder so oder durch bestimmte Körperübungen, äh, Baksa Mandeln, die haben zum Beispiel also, äh, äh, also bestimmte Körpertänze gehabt oder Drehtänze und so weiter. Es ging darum, letztendlich in eine andere Welt zu gelangen, in eine höhere Welt zu gelangen. Und da gab es verschiedenste Techniken, Werkzeuge dahin zu kommen. Okay. Aber wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, kann ich falsch liegen, kein Akt. Gerade was so die Derwische anging, eigentlich sind das doch Nomadenvölker gewesen, ursprünglich mal. Kann das sein? Wir müssen uns klar sein, dass der Orient sehr geprägt war von der Wüste. Ja. Und es gibt da so einen sehr schönen Film von Gurdjieff. Also Gurdjieff war ein ganz bekannter Sufi-Meister, der in den 30er Jahren nach Europa kam. Und es gibt ein Buch von ihm, Treff mit bemerkenswerten Männern. Der ist auch verfilmt worden. Vicky, ein sehr faszinierender Film, wo also ein Sohn eines Tischlers eben auf dem Weg, auf der Suche nach Wahrheit ist. Und irgendwann mal im Laufe des Filmes dann Vicky zu einer Gemeinschaft kommt und deren Wissen dann auch aufnimmt und das dann in der Welt, in Europa bekannt macht. Ja. Und der war jetzt auch jetzt nicht primär jetzt ein Religionsmensch, sondern eigentlich nur ein Sucher. Ja. Und dieses Suchen, da ging es auch immer darum, in gewisser Weise seine Fähigkeiten, seine Gefühle, seine Gedanken zu disziplinieren, zu ordnen, zu entwickeln. Und das also mit anderen Menschen zu teilen. Okay. Ja, ich denke mal, wenn ich das so richtig im Bauch habe, dann haben wir so den ersten Teil hinter uns. Und ich glaube, das lassen wir mal setzen. Und ich mache einen kleinen Musikanspieler. Was hältst du davon? Ja, ist okay. Ja, und ich habe mir da mal die Karin Saabach ausgesucht. Ich habe mir das einmal erlaubt. Mit keine Worte. Das ist auch ein sehr schöner Titel, der uns ja eigentlich daran erinnert. Du bist jetzt weg? Nee, ich bin noch da. War ich nicht zu hören? Nein, warst du nicht zu hören. Oh, Entschuldigung. Wie gesagt, ich habe von der Karin Saabach jetzt mal einen Titel rausgesucht, weil ich glaube, der Bezug zur Natur ist für uns alle wichtig. Und ich glaube, der ist auch so ein bisschen, naja, ich spiele ihn einfach mal ab und sage Band ab. Viel Spaß dabei. Ja, und da sind wir wieder zurück. Und die Zuhörer, ich glaube, die Zuhörer, wenn sie Fragen haben, dürfen gerne hochkommen, ne? Ja, gerne. Also, wenn jemand etwas zählt zu dem Fragen möchte, was ich bitte erzählt habe, bitte kommt in den Warteraum und den Runde hoch. Alles kein Problem. Machen wir gerne. Ich muss mir den nur wieder aufklappen, damit ich das sehe. Ja, okay. So, jetzt haben wir natürlich, ähm, ja, kurze Zusammenfassung. Du bist also, ähm, auch ein, ein, ähm, ein, ähm, derwisch, ein Sufi-Dervisch. Und hast da irgendeine Ausbildung für gemacht? Ja, also, äh, sich selber zu etwas so bezeichnen, ist ein Problem. Aber, äh, sagen wir mal, ich habe mich mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Aber man muss auch sagen, dass dieser, äh, der Kontakt zu den Sufis, äh, immer auch über einen Lehrer passiert. Also, man trifft, ähm, wie auch immer auf seinem Lebensweg Menschen, die in dieser Tradition, ähm, stehen oder ausgebildet sind. Und mein erster Kontakt zu dem Sufi-Dervisch war, äh, in meinem Studium in Münster. Da gab es, oder gibt es auch heute noch das SOVI, Sozialpädagogische Bildungszentrum, äh, in der Nähe von Bahnhof. Wo damals in der Tradition, äh, in dieser Zeit der jungen Potential, also sehr viele Leute, äh, aus der ganzen Welt hinkamen und dort, also, so spirituelle Kurse angeboten haben. Und einer, der damals, also, äh, aus dem, äh, nordafrikanischen Bereich kam, war also der Shabran, äh, mit dem ich auch heute jetzt, äh, was mich sehr freut, äh, über Facebook verbunden bin. Er wohnt also in Marques und Shabran war, äh, äh, ein, äh, Sufi, der auch sehr viel schamanische Tradition, äh, in seinen, auf seinem Weg, äh, aus, äh, diesem, äh, nordafrikanischen Bereich mitgebracht hat. Äh, äh, er kam also über Paris, er hat in Paris, äh, äh, Psychologie studiert und hat also in Münster, äh, verschiedenste Kurse angeboten. Er war der Erste, der eine, äh, orientalische Schwitzhütte gemacht hat. Das war für mich damals was vollkommen Neues, also, gut, Sauna kennen wir ja alle, aber er hat dann außerhalb von Münster auf einem, äh, ähm, Bauernhof eine, äh, eine Art Schwitzhütte gebaut. Und, äh, ähm, da ging es, bei ihm ging es darum, äh, uns so in eine andere Welt zu führen, also in eine Innenwelt zu führen und zu zeigen, dass es also, äh, ähm, ja, äh, ähm, Kräfte in uns gibt, die also, wenn sie bewusst werden, unser Leben einfach auch vergrößern, erweitern, äh, verstärken, unterstützen. Und ich hab bei ihm nicht nur ein Schwitzhütter Ritual mitgemacht, das war so, ähm, da wurde also eine Art, ähm, Zelt gebaut, ähm, wie, ich weiß, wie Schwitzhütte ist, vielleicht bekannt, äh, und, äh, äh, dann wurden also, äh, 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 ä in unserem Gedanken fest sind und ich habe dann bei ihm ein sehr faszinierendes Seminar mitgemacht und zwar hat er uns durch eine gewisse Atemübung in einen Entspannungszustand gebracht und dann wurden wir also in dem Seminarraum auf den Boden gelegt. Der hatte seine Helfer, die haben dann jedem seine Decke gegeben und dann hat er eine Trommel genommen und hat eine Trance-Trommel gemacht. Das war also genau das Gegenteil von dem, was man sich vorstellen kann, war eben nicht ein rhythmisches Trommel, sondern ein ganz arrhythmisches Trommel. Und die Idee war, dass er gesagt hat, wir sollen uns vorstellen, dass wir also durch einen Berg hineingehen und dann durch einen Tunnel hinausgehen und wenn wir dann wieder rausgehen, dann begegnet uns ein Tier. Und das war unser Schutztier und das war, wir waren glaube ich so 15, 10, 15 Leute und jeder, also erst durch die Atemübung, dann durch sie hinlegen, dann diese Trance-Trommel, bist du dann also in einen anderen Zustand gekommen und hast du dann so wirklich was visualisieren können, da in diesen Berg hinein zu gehen. Bei mir war es nur so, dass ich irgendwo im Berg hängen geblieben bin und plötzlich zum Lavastrom wurde und dann wurden wir wieder geweckt und dann hat er aufgrund dessen, was die Leute erzählt haben, was für Tiere sie getroffen haben, die Menschen dann gedeutet. Und das war für mich eine vollkommen neue, unbekannte Psychologie, die also eine Reichweite hat, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Also solche Dinge, das sind zum Beispiel Dinge, die ich da erlebt habe und ja, es ist fast peinlich zu erzählen, ich war dann so, dass ich gesagt habe, ich habe nichts gesehen und ich war dann richtig angefressen, also wütend darüber, dass ich nichts geschehen habe. Und das war glaube ich schon ein Kittel vor zwölf, alle hatten Hunger und warteten, dass er jetzt endlich Pause gehabt und ich war dann so penetrant und habe es dann geschafft, dass ich ihn dazu bringe, dass ich normal in diese Trance geschickt wurde. Und er hat dann jeder willig ein, war einverstanden und dann habe ich aber, bin ich in diese Tiefe reingegangen und sah dann, wie ich dann auch wieder rauskam aus diesem Berg, dass eine riesige Steppe vor mir ist. Und ja, auf der bin ich rumgelaufen und dann habe ich ganz in der Ferne so ein Blitz gesehen, wie ein Blitz, der so aufging und dachte erst mal, war es schrocken und bin auf den Blitz zugelaufen. Und dann habe ich dort, wie ich dann näher kam, einen ganz großen Rahmen, so einen Holzrahmen gesehen und genauso weit, wie ich jetzt von diesem Holzrahmen entfernt war, war also hinter diesem Holzrahmen ein Löwe. Und ich war erschrocken und blieb stehen und der Löwe blieb auch stehen und dann ging ich weiter und der Löwe kam auf mich zu, bis ich dann irgendwann mal kapiert habe, dass es ein Spiegel war und dass ich dieser Löwe war. Und in dem Moment, wo ich dann realisiert habe, dass ich also dieser Löwe war, tauchte so ein Erdwärmchen auf und bitte, das war glaube ich 20 Jahre vor, vor diesem Film, bei diesen Comics, König der Löwen. Da gab es ja auch diese Pumpas. Und jedenfalls tauchte so ein Tier auf und sprach mit mir und sagte, du bist hier der König, der Löwe, also der Tiere und du hast jetzt die Aufgabe, dich um die Tiere zu kümmern. Und ich dachte, wie, was, wo? Und dann hat er mich also zu irgendwelchen Pferden gebracht und die sprachen dann also wie so ein Ehepaar über irgendwelche Probleme. Und ich habe denen zugehört und irgendwas gesagt und dann kamen auch Antilogen und dann kamen auch Schlangen und überall musste ich also, hat mich dieser kleine Erdwärmchen hingebracht und sagte, ich sollte was dazu sagen und bin also durch die Gegend gelaufen und am Ende habe ich mich sogar auf den Felsen gelegt und habe mit den Steinen geredet. Und dann bin ich ja so wieder zurückgegangen und als ich dann endlich aufgewacht war und die haben mir also gesagt, das hat ziemlich lange gedauert, dass ich wieder wach war und die waren also alle angefressen und sauer, dass das so lange gedauert hat, das war schon fast eins. Und dann habe ich meine Geschichte erzählt und der Schadran, der war, also ist ja also ein, also jetzt sieht er für mich ja ganz normal aus wie ein Marokkaner, aber damals war für mich so ein blutunterlaufender Auge, so ein ganz kräftiger, starker Typ, mit einer ganz tiefen Stimme und der ist also übersetzt worden. Und dann hat er gesagt, also es ist halt eine große Gnade, wenn man bei dieser Trance-Arbeit, bei dieser Schutztiersuche überhaupt ein Tier findet, ja. Und das höchste Tier in der Tradition, in der spirituellen Tradition ist der Löwe, ja. Und die höchste Reife ist, also wenn man selbst das Tier ist, ja, steht auf und geht raus, ohne einfach was weiter zu sagen, ja. Und die waren alle so böse auf mich, ja, weil ich war, es war damals so eine Gruppe, die dabei war, die war schon lange zusammen. Ich kam ja erst mit 24 zur Uni, weil ich meine Tischerlehrer und mein Zivillings gemacht habe und die waren alle schon fast fertig mit dem Studium. Und die hatten so eine eigene Gruppe gehabt, die haben damals dieses MDMA genommen, nachdem es LSD verboten war und waren so eine eingespielte Gruppe. Und für die war ich also einfach nur ein Spinner, der, ich habe damals auch den Barfuß gegangen und habe immer meine Essener Mühle dabei gehabt, meine Stadtfahrt selber gemacht und so weiter. Naja, und die waren also, die haben es überhaupt nicht gepackt, was er jetzt gesagt hat, weil, und ich habe es auch nicht gepackt, ja, und ich habe es auch nicht verstanden, ja. Und, naja, und Jahre später habe ich dann also den Schabran dann in Wien gesehen, da hat er dann also in der Schmiede auch ein sehr wichtiges Spielfestentrum in Wien, Tanztherapie, also so Tanzwochenende gemacht, wo er also diese typische arabische Tanzarbeit gemacht hat, wo man so eine Art Trance-Tanz gemacht hat, da habe ich ihn dann wieder erlebt. Und, ähm, äh, ja, ich habe aber, wie ich ihn in Wien getroffen habe, gar nicht mehr daran erinnert, was ich da in Münze erlebt habe. Aber jetzt, wie wir uns in Facebook wiedergefunden haben, habe ich ihm davon erzählt, haben wir dann drüber gelächelt, ja. Und, ähm, ja, und letztendlich kann ich nur sagen, war es für mich doch irgendwie eine Vision, die mir gegeben wurde, für das, was ich heute zu tun habe, ja. Und ich sehe auch jetzt meine Arbeit sehr geprägt auch von diesen Erlebnissen. Und man kann sagen, dass ich also 30, 40 Prozent meiner Werkzeuge, die ich jetzt als Energetiker den Menschen gebe, aus dieser Suchlikradition kommt, wo ich einfach nur Dinge aus dieser Tradition in unserer Zeit adaptiert habe. Aber, das heißt, also, äh, für mich war Sophismus immer, immer geprägt, auch über den Lehrer, der mit uns körperliche, äh, Übung gemacht hat, um, um, um uns also auf dem Weg, äh, eine, eine Innerlichkeit zu, äh, zu geben, äh, die uns also sozusagen Zugang zu einem, zu unserem, unseren Leben, zu unserer inneren Aufgabe, zu unserem höheren, äh, höheren Weg führen sollte. Ja, das ist doch mal der Punkt. Ja. Ja, du, was, was mich halt, ähm, äh, an der ganzen Sache fasziniert ist, dass es, ähm, ja, bei diesen, so viel Lehren offensichtlich ja gar nicht um den Islam als solches geht, sondern dass das nur, ähm, eine, eine Gruppe von Menschen ist, die halt, ähm, ähm, muslimisch geprägt sind. Richtig, ja. Und, ähm, es, ähm, es, ähm, es ist doch sehr interessant zu erkennen, dass es eben nicht nur in unserer mitteleuropäisch-christlich geprägten Kultur, ähm, ähm, sondern dass dann auch mal Bezüge jetzt sichtbar werden zu anderen Kulturen, die ähnliche Grundlagen haben, ich sage ganz bewusst ähnliche Grundlagen haben, ähm, die in sehr ähnliche Richtungen gehen. Ähm, also, da, für mich entstehen dadurch parallele Sichtweisen. Ja, das ist eben das, worum es mir auch geht, äh, letztendlich sind wir aber jetzt in einer Welt, wo wir so nach außen gerichtet sind, ja, dass wir gar nicht mehr hinschauen, wirklich, was dahinter steckt, ja, also, wenn du heutzutage jemand, äh, fragst, was ist für dich ein Mohamedaner, dann, 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 dann sieht er nicht, oder was ist für dich ein christlicher Mystiker, was ist für dich Thomas von Akin, oder was ist für dich ein, äh, 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 oder ein, ein, ein Bernhard von Griebaud oder so, äh, dann, dann sieht, sehen wir, haben wir nur noch äußerliche Vorstellungen, ja, aber, ähm, ein ganz einfaches Beispiel, ich bin jetzt nach Münster zurückgekehrt, ja, und ich haben hier die Menschen aufgenommen, aber interessanterweise war es so, dass ich nach zwei Tagen in ein, ähm, türkisches Lebensmittelgeschäft gegangen bin, wo der Chef ein Sufi ist, ja, der mich also gleich, als er, als ich ihm gesagt habe, dass ich auch, dass ich Hafiz heiße und dass ich auch in dieser Tradition stehe, ja, äh, äh, sofort mich eingeladen hat, ja, zu sich in seine Gemeinschaft, ja, wo ich also, äh, an einem Wochenende dann eingeladen wurde und, äh, Essen bekam und, äh, äh, gefragt wurde, wie es mir geht und so weiter und es gibt, es gibt eben, äh, ja, um uns herum, also gerade in Münster, ja, gibt es fast alle so viele Gemeinschaften der Welt, ja, und die leben alle miteinander und, äh, die sprechen alle Deutsch so wie wir, da ist, da ist nicht irgendwie ein Unterschied, ja, aber, äh, ein, ein ganz wichtiger Punkt zum Beispiel, es gibt den Begriff von Halal und Haram im, äh, im Islam, jetzt im Islam, ja, und der wird aber wirklich auch ernst genommen, ja, äh, Halal und Haram heißt angemessen und unangemessen, ja, mal ganz grob gesagt gut und böse, ja, äh, wenn du einem, äh, äh, Muslim offenbarst, dass du also auch in dieser Tradition denkst und fühlst, ja, dann bist du ein Bruder und der wird dich nie verarschen, der wird dich nie benutzen, der wird dich nie ausbauen, das habe ich nie erlebt, ja, ganz im Gegenteil zu den Österreicher und Deutschen, die ich in meinem Leben erlebt habe, die also mir auch gesagt haben, dass sie, äh, mich also als Parteifreund oder als Vereinsmitglied sehen, äh, oder als Geschäftspartner sehen, habe ich sehr wohl oft erlebt, und das lag auch an meiner Ausstrahlung und auch dessen, wie die Menschen auch mit reagiert haben, dass ich da also nicht diese Ethik erlebt habe von angemessen und nicht angemessen, ja, also wir müssen uns einfach klar sein, jetzt sind wir ganz bewusst von einer bestimmten Politik so nach außen gerichtet worden, ja, äh, und, äh, kriegen da irgendwelche Äußerlichkeiten oder irgendwelche Erklärungen, der Islam ist so und, äh, äh, will die ganze Welt erobern und alle umbringen und alle, und, äh, und, äh, das soll jetzt hier alles nur noch, äh, äh, islamisiert werden und das ist für mich alles nicht wirklich, ja, für mich ist es so, dass ich Sofismus oder Islam erlebt habe als einen Weg nach innen, ja, der eine Brüderlichkeit, ein Miteinander, ein Miteinander innerlich wachsend bedeutet hat und so erlebe ich es heute, jetzt hier 2017 in Münster, ja, und ich sage, ich bin also jetzt von den Münsteranern mit Freude aufgenommen worden, weil das also größtenteils Typen, die mich hier aufgenommen haben, ja, Handwerkerkollegen, äh, 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 ähm, Ladenverkäufer, äh, was auch immer, ja. Das Interessante ist noch die Bedeutung des Begriffes Dervisch. Die finde ich besonders interessant. Ist dir die geläufig? Ja, also, äh, es ist einfach so, dass, äh, es eine gewisse Praxis gibt, ja, und, äh, jede, jede Gruppe, in der, in der türkischen Heizung, in der Osmanischen Heizung, wenn man das Taik hat, haben also bestimmte, äh, Rituale, die sie leben, ja, da gibt es also am Donnerstagabend meist, äh, 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 also ein Treffen, wo man ein Sikre oder ein Dikre macht, ja, und so wie ich das jetzt in der, äh, äh, Mewili Tradition von Uwuc erlebt habe, schön, war das Sikre, dass wir uns am Abend getroffen haben, und, dann haben wir im Kreis gesessen, ja, da war so, keine, äh, 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 Unterschied Mann-Frau oder so, wir haben alle im Kreis gesessen, und haben dann bestimmte Worte aus dem Koran genommen, die wir dann aber in einem bestimmten, äh, musikalischen und Artenrhythmus gebracht haben, äh, also, ein Wort, Bismillahirrahmanirrahim ist zum Beispiel in der ersten Sura-Einsatz, ja, und dann wurde, also, eine Körperbewegung vollzogen, und dabei haben wir gesungen, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahim, und diese Atemübung, die haben wir also, weiß ich nicht, äh, zwei Stunden vollzogen, und verschiedenste Worte, oder was auch immer, und haben uns, das war eine, eine, eine Art Entgiftungsprozess, ja, wir haben uns also in, äh, 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 durch diese körperliche Bewegung, dieses gemeinsame Singen, äh, gemeinsame Atmen, ja, äh, war das sozusagen wie eine, äh, ähm, Reinigungs, äh, Ritual, ja, und diese verschiedene Formen, das nennt man also Derwisch-Tradition, oder Derwisch-Praxis. Ja, nein, nein, ich meine jetzt den Begriff Derwisch als solches, wo der seinen Ursprung hat, und wo der eigentlich herkommt, weil da habe ich mich drüber ein bisschen, ähm, da habe ich was drüber nachgelesen, und das fand ich sehr interessant, weil wenn man diese ganzen, es ist sehr komplex, also, es kommt eigentlich aus dem persischen, leitet sich aus dem persischen Wort, ähm, Darwisch ab, ähm, was so viel wie Arm, Bettler, und, na gut, äh, äh, Eckstatik, Statiker, Statiker, äh, das kann ich nicht verstehen, also, begreife ich nicht, aber okay, also Arm und Bettler, ähm, normalerweise asketische Mönche bezeichnen, also, es ging da auch schon darum, dass es hier ja um, 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 ähm, ja, um Orden geht, um, um Gemeinschaften geht, um Glaubensgemeinschaften, zwar schon auf der einen Seite, aber auch traditionelle und, und, ähm, heilende Kreise und solche Sachen, das auf der einen Seite, aber dieses persische Wort, also das, 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 das Darwisch selbst, also das Wort Darwisch selbst, das Wort Dar als Ursprung bedeutet Tor oder Tür, ein Sinnbild, das der Bettler von Tür, Schwelle zu Tür, Schwelle wandert. In der suffischen Symbolik bedeutet dies auch die Schwelle zwischen dem Erkennen der diesseitigen irdischen, materiellen oder auch, äh, Dunaya, und der jenseitigen göttlichen Welt. Ja, also dieses, 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 dieses Tor, Tür wird hier mit der Schwelle eigentlich bezeichnet, ne, dass man also hier, äh, diese, ja, diese zwei Welten, ähm, erkennen kann. Im Gegensatz, will ich jetzt, ist vielleicht falsch, aber, ähm, dass man sie voneinander differenzieren kann und erkennen kann. Ich finde das, ich finde das Wahnsinn. Ja, also das ist, das, äh, ist, also auch eine, äh, 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 ein, ähm, schönes Bild. Äh, es gibt da so in der, äh, Submitration auch, äh, äh, eine Figur, das ist der, äh, , äh, Hoca Nasuddin, das ist also ein, ähm, ähm, eine Art Bettler, der also durch die Welt zieht und, äh, mit seinen, äh, Geschichten, mit seinen Fragen letztendlich die Menschen auch, äh, aus ihr, äh, aus ihrer, ähm, aus ihrer, ähm, Einseitigkeit, ähm, materiellen Sicht und so weiter herausholt. Und es gibt sehr schöne Geschichten, die sehr irrational sind, wo, wo man, also, wenn man die hört, im ersten Moment überhaupt nicht versteht, worum es geht. Und das ist also auch das, äh, was, äh, in der Derwisch-Tradition auch wichtig ist, zu verstehen, es gibt, äh, es, es gibt viele Dinge, die wir nicht verstehen können, die wir nur spüren können, die wir nur innerlich erleben können. Äh, Gott ist, äh, also jetzt, äh, oder Allah ist, ist jetzt nicht etwas, was man, äh, definieren kann, aber, äh, man kann es erleben, ja. Und so, wie sie nach außen, Halbettler waren, so waren sie nach innen halt im Mystiker, die also auch mit ihrem Weg, mit ihrem Nicht-in-der-Welt-Sein, also, es hieß immer so schön, wir sind nicht, äh, in der Welt, wir sind nicht von der Welt, sondern in der Welt, ja. Und, ähm, für mich ist es, äh, mein ganzes Leben ein, ein Prinzip, im Grunde genommen, ähm, die Welt da draußen, äh, ja nicht so, als so wichtig zu sehen, äh, und trotzdem aber innerlich eine Verbindung mit den Menschen, äh, zu finden, die also jetzt nicht, äh, an der Äußerlichkeit festhält, sagen wir mal so. Und da waren die verschiedenen Derwisch-Traditionen, also, ähm, 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 äh, ja, in Europa sehr aktiv. Also, man kann sagen, dass die Troubadoure des Mittelalters eigentlich die Derwische waren, die Wandererische, die also auch, ähm, ähm, mit ihren, äh, Troubadouren stehen ja auch für die Mindergesang, für die Liebe, für die Hingabe an, an das Weibliche bekannt waren. Und gerade dieses Thema müssen wir, glaube ich, auch noch gleich, äh, 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 erwähnen, weil, ähm, ich habe einige auf dem Ohr damals verlassen müssen, weil er nicht mit Frauen umgehen konnte. Also, äh, äh, das ist, äh, das ist wieder eine andere Sache. Aber, äh, es ist so, dass, äh, äh, dass, äh, dieses äh, diese Suche nach, äh, nach, äh, nach dem Sinn, also auch die Suche nach der, äh, Verbundenheit, äh, auch etwas mit, äh, Hingabe an die Liebe, an das Weibliche, an das Göttliche in mir zu deuten. Okay, und nochmal an die Zuhörer unten, wer Interesse hat und Fragen hat, die Türen sind offen. Und ja, und ich werde mit Sicherheit nicht alle Fragen finden. Und der eine oder andere hat vielleicht noch Fragen. Einfach in Zuhören klicken und, aber ja, schauen wir mal. Ja, es ist also schon, ja, mehr als interessant, wenn man da mal in die Tiefe geht. Weil man eben eine zweite Seite, eine andere Welt kennenlernt, die man irgendwo ansatzweise vielleicht noch in unserer Welt auch erkennen kann, aber ganz anders. Und hier ist doch, ja, es wird jetzt, es wirkt dann doch etwas mehr und umfangreicher. Finde ich sehr schön, finde ich sehr schön, ja. Was ich allerdings, in welche Form, wir haben jetzt von Heilgesängen und wie sieht diese, die Arbeitsweise von Dervischen denn aus? Ist das eine Sache, wo man sagt, okay, ruf mal den Dervisch oder ist das eher, funktioniert das ganz anders? Also, es ist immer so, dass wir, also die Voraussetzung mit so etwas in Verbindung zu kommen, ist der innere Wunsch zu erkennen, wozu bin ich da. Ja, ja, was ist der Sinn meines Lebens? Wofür hat der liebe Gott mich auf die Erde geschickt, ja? Was kann ich als Gebener werden? Was bedeutet es, innerlich zu wachsen? Wo führt mein Leben hin? Was sind die Dinge, die mich größer und liebevoller und hingebungsvoller machen, ja? Und ich habe beim Ursch zum Beispiel, damals im Waldviertel, hatte er einen Kurs gemacht in Loschberg, das war so ein Bauernhof und da haben wir also eine Tastenkurse gemacht. Und das waren also sieben Tage Fasten und da wurden wir also jeder in so ein Ein-Mann-Zelt sozusagen gesperrt und hatten also nur eine Ausgabe des Deutschen Koran. Eine Liste der Namen Gottes und ich weiß gar nicht, glaube ich, Wasser und ein bisschen Brot, das war so das Einzige und dann für den Stuhlgang in der Klasse und so weiter. Und das war mit im Sommer und es war so, es ging dabei darum, dass wir uns auf uns selber konzentrieren sollen. Also auch uns geworfen werden, ja? Das war sozusagen für mich der Sinn dieses Seminars. Und für mich war es dann sehr spannend, weil, glaube ich, am fünften oder sechsten Tag war ich also dann schon gerade durch die Witze und durch das Fasten und durch das Alleinsein schon so ermattet, dass ich also irgendwie auf meiner Decke lag und schon leicht bedöst war, ja? Und plötzlich höre ich, wie jemand das Zelt aufmacht und ich kann gerade nur so die Augen wieder heben und sehe, dass also neben mir jemand, also kommt jemand rein und steht aber. Er duckt sich nicht, sondern steht nur in diesem vom Halsvorschluss geöffneten Teil des Zeltes und ich sehe, dass er so komische orientalische Schuhe anhat und so eine Pumphose anhat. Ja? Und hör dann und frag ihn, was ist und so weiter und hör dann jemand mit einer sehr dunklen und sehr kraftvollen Stimme, wie er zu mir sagt, Du bist Hafiz und du wirst es verstehen und du musst jetzt verstehen, was das bedeutet. Und ich bin dann wieder gegangen und ich bin dann mal wieder eingeschlafen, ja? Und als man mich dann da rausgeholt hat, war ich dann irgendwie verwirrt und wusste nicht, war das jetzt ein Traum, war das jetzt passiert und so weiter. Und bin dann also zum Urschel gekommen und jeder sollte dann so erzählen und als ich dann dran war, habe ich das dann so erzählt. Und der Urschel hat gesagt, okay, dann ist jetzt dein Name Hafiz, ja? Und man muss dazu sagen, ich habe also damals mein Studium in Münster abgebrochen und habe vorher aber Journalistik auch studiert und war dort, hatte das Glück, dass ich bei Jun Janning Pädagogikkurse gemacht habe und das war der damalige Präsident der Europäischen Märchengesellschaft. Und irgendwie hat mich das Thema sehr fasziniert und der hat mich dann also auch sozusagen zusätzlich nach Hause mitgenommen und hat mir sehr viel, wir haben dann sehr viel Märchenkunde gemacht, Märchenforschung gemacht und ich durfte dann auch bei Märchenerzählern, berühmten Märchenerzählern dabei sein, wenn so Aufnahmen, so Märchengeschichten aufgenommen wurden, da brauchten die Puppen kommen. Das heißt, ich habe also damals eine Art Ausbildung zu Märchenerzählern bekommen, das merkt ihr ja so langsam. Und das war also jetzt 86 und dann 3, 4, 90 war dann eben dieses Seminar beim Ursch und als ich dann eben gehört habe, was denn eigentlich Hafiz heißt, war ich dann schon sehr überrascht, weil Hafiz heißt der Geschichtenerzähler oder der, der die alten Texte und die alten Schriften kennt. Also Scheresat ist der weibliche Begriff und Hafiz ist der persische Begriff, ja. Und ich kann mich auch erinnern, dass mein Vater nur mit 14, damals, wo ich also sehr interessiert war an Dichtung, mir ein Buch in die Hand gedrückt hat, das war ein Buch von Goethe und das hieß Der westöstliche Divan. Und Goethe war ja in dieser romantischen Zeit auch jemand, der sich sehr viel eben mit orientalischer Literatur befasst hat und er hat Gedichte auch von Hafiz übersetzt. Und Hafiz ist ein berühmter persischer Dichter, der also sehr schöne, sehr tiefe Gedichte geschrieben hat über die Beziehung zu Gott oder zur Liebe oder zur Natur und so weiter. Und ich kannte also jetzt den Begriff Hafiz als Name eines Dichters, ja. Nebenbei gesagt, also Goethe ist zum Islam übertrieben und hat also in Baksa zu sein ein Grab, ja. Der hat also auch so seinen orientalischen Namen gehabt, ja. Also wir haben hier in Europa schon, gerade Deutschland und Arabien ist also schon immer irgendwie in einer Verbindung gestanden. Und so war also für mich damals dieser Name Hafiz erstmal, aha, aha, ich habe jetzt den Namen Hafiz und aha. Ja, aber im Nachhinein kann ich sagen, dass es für mich jetzt sehr wichtig ist, diesen Namen zu haben, weil ich sehr viel auch in dieser Tradition stehe, wenn ich Dinge erklären will. Also viele Sachen kann man nicht erklären, indem man sie direkt anspricht, sondern da gibt es oft eben, gerade auch unsere Märchen, also gerade die Ruder-Wirn-Märchen haben ja auch eben die Wirkung, dass wir manchmal über ein Märchen, eine Geschichte mehr vom Leben verstehen, als wenn wir direkt über ein Thema rational sprechen, ja. Und so benutze ich also gerade in meiner Arbeit, auch in meinem Buch habe ich das sehr oft gemacht, Geschichten, um eben bestimmte Dinge im Menschen wach zu rufen. Und es ist so, dass wir in unserem Gehirn ja unendlich vieles Wissen haben, ja, und unendlich vieles auch in uns tragen. Mein Vater hat damals gesagt, wir haben in der rechten Gehirne eine Wissung von sechs Millionen Jahren Menschheitsgeschichte, ja. Nur sind das wie Dateien, ja, und diese Dateien brauchen ein Passwort. Und eben die Sufi-Geschichten oder die Grimm'schen Märchen sind im Grunde und Passwörter, die uns dann helfen, dieses Wissen in uns wach zu rufen. Das heißt, ein Wissen in uns wach zu rufen, das schon immer vorhanden ist, ja. Und das ist eben auch eine sehr schöne Arbeit der Sufi-Traktion, wo der Meister sozusagen den Schüler zu seinem eigenen Wissen verliert, ja. Ja, ich habe hier gelesen, hier heißt es, kennt den Koran auswendig, oder der nach innen Verständnis und Wort Gottes verinnerlicht hat. Ja, das sind also... Das will ich nicht behaupten von mir, dass ich den Koran auswendig kann. Ich habe ihn vielleicht in meinem Leben zehnmal oder zwölfmal gelesen und habe mich auch damit befasst. Ich habe nicht viel verstanden, muss ich sagen. Also, vieles war mir sehr fremd, ja. Aber ich kann jetzt als Lehrer und als Ausbilder sagen, dass ich sehr viele Sachen, die ich über die Jahre gelesen habe, in mir jetzt in einen großen Zusammenhang bringe. Ja, und da hilft mir auch mein Name, dass ich also Menschen motiviere, einfach auf sich zu horchen und zu wissen, wir haben alles in uns. Ja, wir brauchen nicht die Außenwelt, ja. Wir brauchen uns nicht in der Außenwelt verlieren, ja. Und wenn, ja, die christliche Tradition sagt uns, das Leben beginnt mit der Geburt und endet mit dem Tod. Ja, das gehört genauso zu den Verarschungen wie alle anderen Geschichten, die so uns einreden, dass, was auch immer, die Medizin uns wie Maschinen reparieren kann und so weiter. Aber unsere Seele ist ja unendlich, ist in einem Kontinuum, die kommt aus der Vergangenheit und geht in die Zukunft, die ist unsterblich, ja. Und so haben wir alle in uns eigentlich eine Tradition der inneren Suche, ja. Ja, nur diese Welt, die wir jetzt gerade geschaffen haben und die ja hoffentlich auch bald zu Ende geht, ja, lässt uns nur in der Außenwelt schauen. Und da sind also die Flüchtlinge und die kommen jetzt also aus dem Orient und die sind böse und die sind Bommenträger und so weiter. Und das ist alles für mich nicht real, ja. Ganz im Gegenteil, die, die da aus dem Orient kommen, das sind für mich geschulte Leute, die teilweise alles so viel sind, ja, die auch ein bisschen hierher bringen, obwohl das natürlich auch wieder pauschal ist, aber wir sollten uns einfach wieder auf uns besinnen, auf unseren inneren Weg besinnen und erkennen, dass das Leben ein Weg ist, eine Kette von Ereignissen, die uns auch immer auf etwas Höheres hinführt, ja. Und das ist eigentlich das, was ich auch ausdrücken will mit dieser Sendung, ja, dass wir wegkommen von diesem, da ist was und das passiert da und der Trump und der Putin und bla bla bla. Das ist alles nicht wirklich, ja. Das, was wirklich ist, ist eigentlich die innere Suche, die uns zu Menschen macht, ja, die uns auf den Weg führt. Liebe und Hingabe und Vater sein, Mutter sein, bedingungslose Hingabe den Kindern gegenüber sind in unserem Leben zu finden. Wofür sind wir da? Wofür hat unser Leben Gott auf die Erde geschickt? Und da ist eben der Sucheweg einer von vielen, ja, aber es gibt auch so Sachen, wo ich dann in Österreich, warum mich total abgehauen hat, wenn die Leute dann sagen, ja, die Türken und die haben ja schon, was sie alles gemacht haben und so weiter, ja, was sind denn die wichtigsten Kulturformen der österreichischen Kultur? Das ist der Walzer und das ist der Kaffee und das ist der Strudel, ja. Und der Walzer kommt von Rumi, der hat nämlich den Dreivierteltag damals mit seiner Musik entwickelt. Der Strudel kommt von den Türkenkriegen, wo die Frauen ihren Kriegern halt Essen in einen Teig zusammengetreut haben, weil das haltbar war und der Kaffee kommt Mokka aus dem Orient, ja. Also wir müssen uns einfach klar sein, es ist einfach ein Kebab hundertmal gesünder als ein Mekdof, ja. Und dass wir jetzt in einer Multikultikultur leben, heißt jetzt nicht, dass ich jetzt eine Merkel-Fan bin und sage, kommt alle jetzt hier und so weiter. Aber es geht auch nicht, dass wir jetzt alle islamisiert werden und dass wir jetzt alle, es geht darum, dass wir klar sein, Mensch sein bedeutet auch immer, Mensch sein, innerlich auf einem Weg zu sein, ja. Und mir haben, wie so viel in meinem Leben, und ich habe auch andere getroffen, immer wieder auf mich selber geworfen und gesagt, finde dich, erkenne dich, ja. Finde heraus, wo du da bist, ja. Und da haben sie mir mit wunderbaren Methoden geholfen, ja, mich selber zu finden und auf den Weg zu bringen, ja. Und ich bin denen absolut dankbar und ich bin auch froh, dass ich, also Piavela ja in der Kahn ist schon gegangen, aber dass sie noch immer da sind, ja, und dass sie eigentlich vor unserer Haustür schon sind und wir mit ihnen auch kommunizieren können, ja. Und geht bitte mal, geht bitte mal in ein Tilgungsgeschäft, ja, und fragt danach, ja. Fragt nach Sufismus oder fragt die Leute und ihr werdet sehen, wie viel Wissen da ist, ja, und wie die Menschen dann offen sind und wenn man sich für sie interessiert und für dieses Wissen interessiert, ja. Punkt, mach jetzt mal. Und jetzt bitte, da sind viele jetzt in unserer Zuhörergruppe, jetzt machen wir mal einen Punkt und reden wir mal miteinander darüber, okay, kann ich jetzt bitte mal einen Monolog beenden, einen haftigen Monolog beenden, okay? Ja, nein, natürlich, natürlich. Also von meiner Seite aus schon, nur, sie müssen schon sich dann bemühen und dann wenigstens warten und hochkommen, denn wenn ich das Studio vollpacke und es sagt auch keiner was, dann bringt uns das auch nichts. Und, ja, da ist der Erste, ist ja schon da, ist der Joe. Weißt du, ja, da sage ich erst mal Hallo Joe, schön, dass du da bist. Ja, guten Abend. Hallo Joe. Ja, ich finde das also ganz interessant. Ich bin also eigentlich vor der Sendung hierher gekommen, um so Fragen über den Islam und den Koran zu stellen und da bin ich ja völlig von abgekommen, ja, durch das, was du uns hier erzählt hast. Ja, das freut mich. Ja, ich habe auch recht. Ja, aber kommen wir noch dazu. Ja, Joe, es ist eben die Welt hinter dem Islam, die wir nicht kennen, so möchte ich mal sagen. Ja, ich frage mich, was spielt für dich die größere Rolle? Der Islam oder das Sophie Seil? Das ist eigentlich die Frage, ob ich jetzt Sonntag in die Kirche gehe oder ob ich Gott jeden Tag in mir spüre. Ja. Ob ich mich darum bemühe, wenn ich den Menschen begegne, für sie da zu sein, zu spüren, was sie brauchen, zu sehen, was ich helfen kann, ihn beim Aufwachen, beim sich Verändern unterstützen oder ob ich sie frage, ob sie jetzt schon, ja, gebeichtet haben oder, was auch immer, ja, die Steuern gezahlt haben und die Kirchenzeitung gelesen haben und so weiter. Wir sind einfach in einer Welt, wo man uns ganz bewusst von unserem inneren Spiel seitdem trennen will. Ja, und das ist gerade auch jetzt im Lied bei diesem Thema so sichtbar. Ja, für das Innen hat man relativ wenig Zeit. Wenn man das Innen verspürt, dann ist es meistens irgendwo Schmerz, dass hier einem irgendetwas auf die Füße getreten ist oder etwas komisch gekommen ist. Das hat aber mit Selbstfindung eigentlich nichts zu tun. Was ist denn aus deiner Aufgabe geworden? Du sagst, auf der einen Seite ist es eben halt der Affi, der Geschichtenerzähler, und auf der anderen Seite früher, durch dein Erlebnis, als du das vorgegangen bist, dass da das Erdhörnchen war und sagte, jo, du bist jetzt sozusagen zuständig für die Tiere, die du hängen sollst. Was ist daraus geworden? Also, um etwas von mir zu erzählen. Also, ich habe in meiner Arbeit, weil ich eben durch die Nuhe gehörbehindert war, habe ich irgendwie in meinem Leben immer wieder Menschen angezogen, die psychisch krank waren. Ob es jetzt Hörbehinderung war, ob es Schizophrenie war. Ich selber war auch belastet davon. Und mein innerer Wunsch war, herauszufinden, wie das funktioniert. Und ich kann sagen, dass ich über 30 Jahre Suche Lösungen gefunden habe. Ich habe heute zum Beispiel eine Methode entdeckt, womit man jede Art von Unheilbarkeit oder Behinderung auflösen kann, wenn der Klient das will. Ja, das ist in einer Welt der Medizin, wo der Mensch als Maschine gesehen wird und wo es also ganz natürlich dementsprechend auch Grenzen gibt, ja, vollkommen unverständlich. Und deshalb habe ich auch immer noch Probleme, bekannt zu werden mit meinem Wissen. Aber ich habe eben auch in meinem Buch gezeigt, dass jetzt eine neue Generation von Kindern da ist, die letztendlich auch diesen inneren Weg wieder gehen will. Ja, und da wir aber in dieser äußeren Welt keine Lehrer mehr haben, keine Idole mehr haben, die uns auf einen inneren Weg führen, ja, sind dann halt die Jugendlichen eigentlich heutzutage nur, haben nur die Möglichkeit, übers Kiffen dahin zu kommen. Ja, was eben auch interessanterweise ist der Kiff, ja, ein Sufi-Wort. Ja, das heißt, der Rausch oder der Hanf ist ein Weg, um eine Innerlichkeit zu suchen. Nur, es ist ganz bewusst in unserer Welt, durch die Machthaber, durch die Strukturen, durch die Politik, ja, hat man all das, was den Menschen nach innen führen könnte, ja, weggenommen. Ja, und ich habe jetzt in meiner Arbeit einfach verschiedenste Werkzeuge gefunden, dass also, meine Arbeit nennt sich die Leutonomie, die Liebe zwischen Mann und Frau auf gleicher Ebene als Halbprozess, dass also Menschen wieder eine Innerlichkeit über die Beziehung, über die Liebe, über Mann und Frau, über Vater, Mutter, über Kinder wiederfinden können, ja. Und bin da ein Lehrer, ein Ausbilder, ein Berater, ja. Ich habe sehr viel mit Klangtherapie, ich habe also die Arbeit, die ich im orientalischen Musiktherapie gelernt habe, wieder zurückgeholt auf unsere Kultur und arbeite sehr viel mit Klangarbeit, bildet auch Leute aus, also über Klang, die Menschen zu einer Art Entspannung zu bringen und über diese Entspannung einen Weg nach innen zu führen, ja. Und es ist, es musste diese Welt erst bis in die äußersten Formen der Äußerlichkeit gehen, was jetzt für mich sozusagen Ausdruck dieser Welt, die wir hier haben, jetzt Trump, Putin, Futschis und so weiter, damit eben wieder die Sehnsucht nach dem Inneren, den Weg nach innen da ist, ja. Und so weiß ich, auch wenn ich jahrelang jetzt alleine war und jetzt aber so langsam hier auch ankomme und Menschen finde, die sich interessieren für meine Arbeit, dass immer erst die Menschen nach außen gerichtet werden müssen, um dann wieder den Wunsch haben, nach innen zu gehen, ja. Und da gibt es eben auch, eben jetzt in meiner Arbeit, ganz einfache Übungen, ganz einfache Sachen, wo ich auch zeige, wie man sein Haus zu einem Kraftplatz machen kann, ohne dass man das Haus noch verlassen muss, um irgendwo einen guten Platz zu finden, wie man also eine neue Kommunikation findet miteinander, ich nenne das Vokalübungen, wie man, also meine Arbeit findet ihr auf der Homepage Lebenswerkstatt, also lebens-werkstatt.com und ich habe eben verschiedenste Dinge entwickelt, dass der Mensch wieder einen Weg zu sich selber, zu seiner Innerlichkeit findet, zu seinem inneren Weg findet, ja. Naja, das hört sich ja erstmal alles sehr schön an. Naja, also mir war schon irgendwie immer da, dass die Stärke aus der inneren Ruhe kommt, aus der Ausgeglichenheit kommt, ja. Man muss sozusagen im Balance sein, ja. Jede Überziehung in die eine oder andere Richtung ist ja keine Ausgeglichenheit. Und, ja, was du mir über die Medizin erzählt hast, ja, ist völlig klar. Mir ist das auch schon lange klar. Es gibt ja diese, ja, wie sagt man, diese These, dass eben halt viele Krankheiten und auch schwere Krankheiten durch innere Blockaden kommen. Ja, und das, das deckt sich ja auch mit, ich vermute mal, mit dem, was du meinst, ja, dass man eben halt diese Blockaden eben halt auflösen kann, wenn derjenige es auch will. Ja. Ja, das ist auch eben in allen Suchit-Traditionen für mich auch immer der Weg gewesen, eine innere Gesundheit zu finden, eine innere Ausgeglichenheit zu finden. Äh, und, äh, wie Osho jetzt in Indien halt bestimmte dynamische Meditationen entwickelt hat, so haben halt die Dukis ihre Sikre und Dikre und Tanzrituale gehabt. Aber mir geht's einfach, äh, wir haben, wir werden so abgelenkt, ja. Ja, wir schauen den ganzen Tag in so ein kleines Kastel rein, ja, und vergessen im Grunde genommen, dass es eigentlich um das Menschliche geht im Leben, ja, das Gespräch, das Miteinander. Und, äh, ja, geht man in ein typisches Kaffeehaus, ja, da sitzt man und redet und hört, ähm, hört Geschichten zu, also, oder trinkt seinen Tee und ist relaxed, ja. Ja, wir sind in eine, jetzt in eine Welt hineingedrängt, ja, die uns permanent nur ablenkt, ja, ablenkt von unserem inneren Weg, ja. Und ich bin dankbar, dass ich, gut, ich bin jetzt schon 56, dass ich in meinen, äh, 50, letzten 50 Jahren einfach immer wieder auch aus meinem Wunsch heraus natürlich, aus meinen inneren Suchen heraus Menschen gefunden habe, die mir gezeigt haben, wie wir nach innen gehen können. Und, äh, wie gesagt, äh, es gibt auch viele Filme über Sophismus, ja, äh, schaut einfach mal ins Netz rein, ja. Äh, äh, und das ist etwas, was, da geht's, da geht's um kleine Dinge, da geht's um stille Dinge, da geht's um, äh, um Mut und um Kraft und um Freude und um liebevolles, äh, Umgang und da geht's um, äh, Miteinander und so weiter, ja. Und das ist für mich jetzt auch das, was ich hier in der Sendung oder auch in meiner Arbeit, äh, weitergeben möchte, ja. Ja, dass die Menschen wieder merken, es, es hat alles einen höheren Sinn, ja. Es besteht nicht darum, äh, die Telefonrechnung zu zahlen und hacken zu gehen und malochen zu gehen, sondern es geht darum, äh, Mensch zu sein, ja. Ja, und, äh, mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit der Natur in Verbindung zu sein und, und sich abzuwenden von der Außenwelt, ja. Und das ist auch in den ganzen Sufi-Traitionen und so viel Literatur immer wieder so, dass dort eben der Derwisch, der Penner, der Sandler sozusagen Ausdruck des Abwendens von dieser Äußerlichkeit ist. Und für mich ist es einfach den Mut, wieder einen inneren Weg zu gehen. Und zu dem möchte ich euch mutilieren. Naja, oh, wir sind schon, ich weiß nicht, ob wir alle schon so weit sind, aber ich fühle mich da schon irgendwie auf dem Weg. Ich könnte glatt mit Sufi sein. Also ich finde auch, dass die Bedeutung des Tanzes, vor allem des gemeinschaftlichen Tanzes, das auch eine wichtige Sache ist. Weil man hier Gemeinschaft spüren kann und Verbindung spüren kann. Ja, aber der Mensch ist, glaube ich, nicht gemacht, um allein existieren zu existieren. Und der Tanz ist eben halt ein Ausdruck der Gemeinschaft und auch irgendwo der Ausdrucklichen halt eine Freude. Ja, das sehe ich auch so. Ich muss euch noch, so langsam geht es ja auch, dreht sich die Zeit, ich muss euch noch am Ende jetzt noch eine Geschichte erzählen. Und zwar möchte ich euch von einem Sheikh Nasingh erzählen. Sheikh Nasingh ist, glaube ich, vor zehn Jahren gegangen und war ein Sufi-Scheikh des Naqshbanden-Orden. Und der hatte, glaube ich, am Ende über 100.000 Schüler. Und der hat auf Zypern gelebt. Und einer seiner wichtigsten Werkzeuge in seiner Arbeit war, Menschen zu verheiraten. Ja, und da habe ich also auch einen schönen Bezug zu meiner Arbeit. Also ich stehe in meiner Arbeit, die ich jetzt hier mache, die ich Eleutonomie nenne, in der Tradition der Templer. Und da gab es also auch schon vor 700 Jahren die Gedanken des Baphomets. Und der Baphomet war eben auch dieser Gedanke, Mann und Frau auf gleicher Ebene lieber als Heilprozess zu sehen. Und dieses Wissen der Templer ist auch über verschiedenste Wege dann über den Orien bis nach Zypern gekommen. Und Sheikh Nasingh hat im Grunde genommen das also am Ende des Fischzeitalters sozusagen ausgedrückt. Ja, das heißt, früher waren wir geprägt von den Idealen der Gurus und der Meister, die irgendwo in einer Höhle sitzen und Erleuchtung erlangen. Aber Sheikh Nasingh hat im Grunde genommen gesagt, der Weg zu Gott ist nicht eben das Beten irgendwo Richtung Osten schauen, sondern die Liebe, die Liebe zwischen Mann und Frau, die alltägliche Liebe. Das Auseinandersetzen zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen, die Koinzidenz der Oppositorum, das Zusammenfallen der Gegensätze, das Mann und Frau auf gleiche Ebene bringen. Ja, und damit grenze ich mich auch ganz ab von den muslimischen Traditionen, wo das nicht der Fall ist. Ja, die noch genauso im Mittelalter sind, wie halt bei uns in christlichen Kulturen das noch im Mittelalter sind. Ja, und die Liebe, die Verbindung, die Ekstase, die wir in der körperlichen Liebe erfahren, das ist das Göttliche. Ja, das ist die Hingabe, das ist das, wo wir Gott erfahren können. Ja, ganz alltäglich, jeder für sich und mit seinen Liebsten zu Hause im Bett, ja, und nicht irgendwo an erheiligen Plätzen. Also ich möchte auch jetzt nicht, dass wir jetzt glauben, wir müssen jetzt endlich ganz besonderen Rituale machen. Also ich habe Urutsch verlassen müssen, weil er nicht mit Frauen umgehen konnte, ja, weil es sich ertragen hat, wie er abfällig das Weibliche abgelehnt hat. Also auch die Sufis sind mir nicht alle jetzt erleuchtete Typen gewesen, sondern sie standen auch auf ihrem Weg in ihrer Tradition, ja. Aber es gab eben Sheikh Narim, der auch der Lehrer meiner Frau ist und sie hat auch bei ihm gelebt und hat auch bei ihm auf Zypern gelebt. Der hat also auch in seiner Gemeinschaft ein Energiefeld geschaffen, wo der Mensch sich selber erkennen konnte, wo über den anderen ich mich selber, meine Dunkelheiten, meine Schatten, das, was ich nicht sehen wollte, sozusagen über den anderen erleben konnte, ja. Und das passiert gerade in der Beziehung, ja, weil wenn du dich wirklich einlässt auf eine Frau oder auf einen Mann, ja, und wirklich auf gleiche Ebene in die Augen schaust, ja, und miteinander eben füreinander da sein, miteinander für die Kinder, mit den Kindern wachst, ja, dann kann eben auch wirklich Frieden entstehen. Das ist für mich der Beginn des wahren Friedens, ja. Ja, dann ist auch die Ausnahme für dich vollkommen unwichtig, ja. Also ist für mich jetzt der Derwischweg, den ich aus all diesen heraus entwickelt habe, was ich jetzt in der Economie nenne, die Liebe zwischen Mann und Frau gleiche Ebene als Halbprozess, ja, eigentlich der nächste Schritt der Evolution, ja. Das heißt also, und so haben es auch die Templer gesagt, Frau Simot, ja, für unsere Zeit prophezeit, ja, dass der nächste Schritt der Evolution ist, dass wir Frieden in unseren Gemeinschaften schaffen, ja. Und dass wir dort Innerlichkeit und dort Erleuchtung und Vollkommenheit erleben, ja. Und es ist gerade auf dem Gebiet, auch gerade auf dem Gebiet der körperlichen Liebe noch so viel Unwissen da, ja. Und das ist eben auch die Frage von Joyce, meine Arbeit, die ich jetzt eben vermittle, dass ich die Menschen zeige, kehrt zu euch zurück, ja. Ja, nehmt euer Haus zu einem, macht es zum Kraftplatz, macht es zum Ort der Liebe, der Kommunikation, der Kommunikation mit den Kindern und mit den Tieren, mit den Pflanzen im Garten, ja. Und lasst die Welt da draußen, ja, vergisst sie, ja. Und das ist eigentlich für mich ganz ur-derwische Vorstellung, ja. So, und jetzt mache ich mal Punkt, jetzt haben wir ja noch einige jetzt nicht in den Raum gegeben, also stellt euch bitte eure Fragen. Ja, aber damit sage ich, hallo Patrick, aber erst Joe, bitte. Ja, ich finde das auch sehr schön, so wie du das gesagt hast, das entspricht nach meiner Ansicht eben halt, dass der wahre Frieden innen anfängt, in der Verbindung mit Mann und Frau, Ying und Yang, und eben halt ein Familienkreis, in dem der Frieden eigentlich erstmal ausgeht kann. Man muss den innerlichen Frieden haben, um überhaupt noch darüber hinaus den Frieden nach außen tragen zu können. Ja, das sehe ich auch so. Ja, da sind wir alle nicht weit weg. Äh, Patrick, dein Beitrag bitte. Hallo, ich begrüße dich, Stefan. Ja, das ist das, was ich schon lange gesagt habe, so halb, ähm, Naja, ich will nicht sagen, ironisch, aber so ein bisschen, so ein bisschen, äh, äh, naja, so ein bisschen spaßig, so ein bisschen spaßig, dass man doch oft mal das Glück im Einfachen findet, ne? Äh, im Einfachen, Kindlichen, ne? Oder so, ne? Das ist natürlich das, was man, äh, 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 wie lernt man am besten, wie geht man natürlich mit der Frau und dem Mann um, ähm, dass der, die Sexualität nicht nur eine Fortpflanzung ist, wie die katholische Kirche es natürlich jahrehunderte lang gelernt hat, um, äh, Macht auszuüben. Und das verstehen heute wieder einige andere nicht, die benutzen das zum Beispiel, um Macht auszuüben, ne? Natürlich. Und das sind dann die, äh, die Frauenbewegungen, die da bewusst dieses Missbrauchen, um Energien zu lenken, der Männer zu lenken. Ja, was sagst du dazu, Stefan? Kann man diesen Leuten jetzt noch was beibringen, dass das eigentlich nicht gesund ist, was sie machen und am Ende auf sie selber zurückfällt? Nein, es geht nicht darum, irgendjemandem was zu sagen. Ich habe euch von meiner Geschichte erzählt. Ich wollte euch nur motivieren, etwas in euch wieder wachzurufen, was da ist, ja? Was Leute machen oder nicht machen, ist mir scheißegal. Was die Politiker machen, wenn ich mit meiner Liebsten zusammen bin und auch, sie ist eigentlich, sie wird in Hallstatt, also wir sind eigentlich sehr oft auch getrennt jetzt, aber trotzdem sind wir verbunden, ja? Ja, äh, und alles andere interessiert mich nicht, ja? Meine Freunde, meine Klienten, meine Mitarbeiter, meine Familien, ihre Familie, das ist mein Leben. Alles andere ist für mich unwichtig, ja? Und nicht mehr relevant, weil ich erlebe mit diesen Menschen so viel Freude und so viel Kommunikation und Austausch, dass ich sagen kann, das ist für mich die neue Welt, ja? Für mich hat das neue Zeitalter schon lange begonnen, weil ich eben mit meinen Menschen wachse, ja? Und mit ihnen kommuniziere und mich austausche und mit meiner Liebsten in die tiefsten Tiefen unserer Verletzungen gehe, um sie zu lösen und aufzulösen, ja? Und die ärgsten Wunder erlebe, ja? Weil ich es, weil es wirklich möglich ist, ja? Und was andere da tun, tut mir leid, ist mir wurscht. Ja, natürlich, das ist ein gesunder Egoismus, ja? Aber trotzdem, man ist nicht ganz unabhängig von seiner Umfeld, sobald man noch mit draußen verkehrt, in Anführungszeichen, draußen verkehrt oder verkehren muss. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Ja, die Maddie Ölgert, eine Lehrerin, hat mal gesagt, wer ausstrahlt, kann nicht eingestrahlt werden, ja? Und der Ganze, alles, was ich im Sophismus gelernt habe, hat mir geholfen, dass meine Ausstrahlung immer stärker wird, ja? Dass ich also mein Atem, mein Körper, mein Leib, meine Verletzung, meine Traurigkeit, alles so lösen, jetzt auflösen kann, dass ich ausstrahle. Und dann, ja, wenn du nicht drauf bist, über die Straßen gehst, dann ziehst du auch alles an, ja? Und wenn du gut drauf bist und einfach strahlst, dann strahlt dich jeder andere an, ja? Dann lächelt dich jeder andere an, ja? Und das ist für mich auch ein Ur-Subbild-Denken, ja? Und so habe ich meine Lehrer erlebt, ja? Teilweise, teilweise auch anders. Dass aber, äh, wenn ich an den Pirbelay-Inertkan denke, das war so ein kleiner, wutzeliger Typ, der war nur Licht, ja? Der war nur Freude, ja? Und nur Lebendigkeit, ja? Und, äh, ich hoffe, dass ich in seinem Alter jetzt auch so, so, so eine Kraft entwickeln kann, ja? Wir müssen natürlich auch durch Entgiftung und Betreuung und so weiter durch, aber letztendlich geht es um, um, ja, Freude, Kraft, Liebe, Miteinander, Verbundenheit, ja? Ja, und diese Begriffe habe ich alle auf meinem Weg des Sophismus gelernt, ja? Ja, natürlich, klar, ne? Eigentlich sind die einfachsten Antworten, äh, die, äh, Besten und die Natürlichsten, der innere Weg zu gehen. Gut, gibt es noch andere Fragen? Äh, wir haben eine große Zuhörerschaft, habe ich die jetzt alle wieder überkugelt mit meinen Sprüchen? Äh, ist ja, äh, ihr kennt ja schon, eine Kugel, wenn ihr mal redet, dann überkugelt ihr alle. Ja, ich weiß nicht, also, wenn sie nicht hochkommen, also, wir haben das hier, ähm, eigentlich nicht so, dass wir einfach die Leute reinziehen, ähm, weil, ähm, der ein oder andere könnte sich auch genötigt fühlen, was zu sagen, und sich dabei nicht wohlfühlen, deswegen, ähm, wer etwas sagen möchte, der, äh, für den steht die Tür natürlich offen, aber, dass ich die Leute einfach so hochziehe, das mache ich nicht mehr. Oder ich mache das sowieso nicht, ähm, das haben wir zu anderen Zeiten gemacht, ja, als ich da noch gelernt habe, in Anführungsstrichen, aber, okay, es ist halt, ähm, ähm, es wäre schön, wenn der ein oder andere vielleicht noch reingesprungen kommt, aber, wenn nicht, ist das auch nicht weiter schlimm. Ähm, die Menschen, ähm, die Menschen, auch die draußen am, 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 am Radio, ähm, oder, auch die, die sich diese, die Sendung später noch anhören, im Archiv, oder in einer Wiederholung, die werden ganz genau merken, wo, ähm, was es jetzt hier geht, und, äh, ich glaube mal, das ist das Wichtigste, ähm, dass die Botschaft, die diese Sendung hat, ähm, die, für mich eigentlich von, 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 von der ersten Sekunde an, klar war, dass die etwas Besonderes sein wird, ähm. Ähm, das ist für mich sehr wichtig, das, und das, glaube ich, das kam sehr deutlich aus. Also, was ich zum Beispiel wirklich empfehlen möchte, ist, geht mal ins YouTube und sucht einfach mal so viel Musik, ja, da gibt es also so, äh, ähm, YouTube-Sendungen, die zwei, drei Stunden lang einfach diese Musik spielen, ja, und lasst euch die, legt die mal auf, lasst die mal rennen und legt euch dazu und gebt einfach mal in, 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 in diese Musik hinein. Ja, lasst euch sozusagen berauschen, ja, und, ähm, Rausch ist im Grunde genommen ein, ein Natur, äh, Recht, das wir haben, dass wir also in eine andere Welt getragen werden, wo wir uns selber betrachten können, wo wir, ähm, zu uns kommen können, ja, und die Suche Musik ist also wirklich etwas sehr Wertvolles, äh, da gibt es ja also einiges, äh, was, was ich da empfehlen kann, ja. Ja, also für mich ist ja, äh, Sufis sein nicht unbedingt Moslem sein, ja, hast du vielleicht noch irgendwelche Worte, wir haben also eine ganze Menge Leute, sogenannte Christen eben halt unter uns, die, äh, zunehmend Angst haben vor Überfremdung und vor Gewalt und was weiß ich, was eben halt die, äh, Medien und die Politik für uns eben also drauf haben. Ja, ja, und, ähm, das ist, äh, eine recht schwierige Angelegenheit, ne, das ist bei uns fast jeden Tag Thema, ja, über diese Ängste eben halt zu sprechen, von daher, ähm, ähm, gibt es da bestimmt auch in diese Richtung eine Menge Fragen, ja, und, ja, äh, 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 was, was kann man da tun, ne, nicht jeder Mensch ist gleich, alles sind unterschiedlich, ja, aber wenige, die nichts Gutes im Schilde führen, können großen Schaden an sich. Ja, so, ja, das ist richtig, aber, äh, ihr habt das nicht verstanden, als die Russen nicht mehr die Bösen waren, hat man einen anderen Feind gebraucht, ja, Und den hat man finanziert, ja, und hat man halt so aufgeputscht, ja, dass er jetzt die Bösen sind, ja. Und das ist aber, das hätten auch die, weiß ich nicht, die, ja, weil sie irgendwelche Süd-Süd-Ost-Asiaten gewesen seien. Oder wenn wir, der Islam ist halt sehr aktuell, weil wir damit aufgewachsen sind, ja, und ein Feindbild zu haben, ist immer gut, weil das die Menschen schwächt, ja. Aber das ist nicht die Wirklichkeit, das ist gemacht, das ist ein künstliches Artefakt, ja. Ja, kauft euch mal ein Buch, äh, Geschichten von Mola Nasserin. Oder zum Beispiel, ähm, wer in Berlin lebt, ja, geht mal in die mekanische Rose, ja, da gibt es einen Laden von zwei Brüdern, leider ist der eine schon gestorben, die also Aromaöle aus dem Sudan verkaufen. Geht mal da rein, ja, und, und lasst, lasst euch mal beriechen, ja, riecht mal diese, diese Besonderheit dieser Kultur, die da durch Aromaöle vermittelt wird, ja, oder geht mal in ein, ein türkisches, äh, Café und trinkt mal einen türkischen Café und einen Tee und, 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 und nehmt die Atmosphäre auf, ja, das ist, das ist eben, das ist für mich die, 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 äh, muslimische Kultur, ja, und nicht das, was man uns da einreden will, das ist nicht wirklich, das ist, ich, ich kann mich nicht, ich verstehe nicht, warum sich Leute so viel verarschen lassen, Entschuldigung, wenn ich das so klar sage, ja, das ist doch alles gemacht, ja, das war ein volles Fleck in Berlin, das ist inszeniert worden, da war nichts von irgendeiner, äh, terroristische Aktion, das hat man nur gemacht, um abzulenken, dass gerade im, äh, irgendwo in, äh, Syrien irgendwelche Gangster, äh, sich in Aleppo verstecken wollt, und damit die nicht aufbauen, hat man so eine Aktion gemacht, dass, wenn, ihr werdet alle nur verdreht, ja, äh, bleibt bei euch, ja, äh, schaut, was ihr wollt, wirklich wollt, was euer Leben ausmacht, ja, und das hat was mit Stille, und das hat was mit Freude, und das hat was mit Hingabe, und mit Ekstase, und mit Tanz, und mit, äh, äh, Gemeinschaften, Gemeinschaft essen, und, 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 miteinander sein, und das sind für mich eben auch, äh, Sachen, die der, äh, die der Sophismus nicht genervt hat, ja, und ich, 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 ich sehe keine, äh, böse Welt, die mich bedroht, ja, das gibt's für mich nicht, ja, das ist alles, äh, wenn ich mich darauf einstelle, ja, dann gibt's das, dann brauch ich das auch, aber dann liegt's ja auch in mir, dass ich irgendwie ungeklärte Dinge nicht anschauen will, und, äh, die Ablehner, und deshalb auch da draußen irgendjemanden ablehnen muss, ja. Ja, und, äh, damit kommen wir zum Ende der Sendung, ähm, wir hatten einen sehr interessanten Gast-Talk heute, für den ich mich bei dir, lieber Stefan, ganz recht herzlich bedanke, äh, weil ich glaube, er hat doch, äh, vielen Menschen gezeigt, es gibt doch sehr viel darüber nachzudenken, und sehr viele Dinge, ähm, die da doch ganz anders sind, wo vor allem ganz andere Grundlagen herrschen, ähm, ich danke den Zuhörern, drinnen, draußen, ja, und, ähm, noch einen ganz kurzen Abschlusssatz von dir, äh, Stefan. Ja, ich würde gerne, ich würde gerne eine Lüte-Geschichte noch am, äh, zu Ende erzählen, ja. Ähm, lass mir, gib dir mir eben eine Minute, dass ich mal eben eine Meinung, wenn man in die Bibliothek gehe und einen eine Geschichte hole, ist das möglich? Ja, dann machen wir die im Nacht-Talk, dann machen wir, dann machen wir, dann machen wir nochmal einen Nacht-Talk, und dann, äh, machen wir das, weil, wir haben noch zwei Minuten. Zwei Minuten oder 62. Ja, gibt es noch eine Frage von euch? Möchtet ihr noch was Konkretes wissen? Oder, wie gesagt, ihr könnt mich erreichen, ich bin, ähm, auf Facebook, Stefan Kugel, äh, kann man mich also, äh, äh, kontaktieren, meine, äh, Homepage heißt, www.lebens-werkstatt.com, ja. Ähm, ähm, ich, äh, bin im Skype unter stefan.kugel mit ph, ja, äh, jeder kann mich erreichen, kann Fragen stellen, äh, auch jetzt auf diese Sendung bezogen, wenn jemand auch irgendwelche Links braucht, ja, ich, äh, ich, äh, schicke euch gerne ein paar Links über Musik oder auch über Literatur, äh, und es war jetzt einfach eine, äh, eine Möglichkeit auch für mich zu sagen, Leute, das Leben hat eine Innerlichkeit, und alles, was da außen ist, ist nur Ablenkung, dass wir auf dem Weg nach innen gehen, ja. Ja, und, äh, der Rettismus ist eine schöne Art, diese Innerlichkeit zu erobern, zu erforschen, zu entdecken, zu leben. Es gibt auch andere Wege, ja. Mit meiner war es halt so, und ich, äh, schöpfe aus denen jeden Tag, ja, und, äh, ja, mein Leben ist frei von der Außenwelt, ja, und ich wünsche es vielen, dass sie das auch erreichen können. Okay, ja, ähm, ganz, ganz kurz noch, äh, wirklich eins, einzelne Sätze, Joe und Patrick. Ja, schönen Dank für, äh, die Sendung. Ja, das habe ich dann immer gesagt, das, äh, wahre Wertvolle liegt im Einfachen und im Kindlichen. Hervorragend. Ähm, damit mache ich, äh, mache ich die Sendung zu, äh, den Hörern draußen noch viel Vergnügen, viel Spaß, und, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss, und bleibt aufrecht. Radio GSC 1 Live Der Gas Talk Der Gas Talk Der Gas Talk